Top 6 der besten hochglänzenden weißen Kommoden Ich kaufte die Orlando Badezimmer Kommode in weiß hochglanz, Pinier Grau für mein Badezimmer und bin damit sehr zufrieden. Der Schrank bietet viel Stauraum für meine Pflegeprodukte und Handtücher. Die Größe von 30 x 70 x 30 cm passt perfekt in mein Badezimmer. Das Design des Schranks ist schlicht und elegant, was für mich ein Pluspunkt ist. Die Schubladen gleiten leicht und helfen mir, alles organisiert zu halten. Die Qualität des Schranks ist auch sehr gut. Ich empfehle ihn jedem, der einen schönen und funktionalen Badezimmerschrank sucht. Ich bin sehr zufrieden mit der Trend Team Smart Living Badezimmer Badkommode Kommode Schrank Skin. Der Schrank ist sehr gut verarbeitet und sieht durch das weiße Hochglanzdesign sehr modern aus. Die Größe von 30 x 80 x 31 cm bietet ausreichend Stauraum für alle Badezimmerartikel und ist perfekt für kleine Räume geeignet. Die Montage war einfach und der Schrank ist sehr stabil. Ich würde diesen Schrank jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem praktischen und stylischen Badezimmermöbel ist. Ich möchte gerne eine Bewertung über die Holmes & Jones Venice Badezimmer Kommode abgeben. Die Kommode ist aus Holzwerkstoff und in einem schönen Weiß-Hochglanz erhältlich. Mit den Maßen von 37 x 77 x 23 cm bietet sie ausreichend Platz für alle meine Badutensilien. Besonders gefällt mir das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung. Der Aufbau war simpel und schnell erledigt. Ich kann die Holmes & Jones Venice Badezimmer Kommode definitiv weiterempfehlen und bin rundum zufrieden mit meinem Kauf. Ich habe vor kurzem die Trend Team Smart Living Badezimmer Badkommode Kommode Schrank Amanda gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Der Schrank sieht nicht nur elegant aus, sondern bietet auch viel Stauraum für all meine Badezimmerutensilien. Die weiße Farbe mit Hochglanz-Finish ist perfekt für ein modernes Badezimmer und der Schrank ist gut verarbeitet und stabil. Die Größe von 37 x 79 x 31 cm passt perfekt in mein kleines Badezimmer. Ich kann diesen Schrank jedem empfehlen, der nach einer praktischen und stilvollen Aufbewahrungslösung für sein Badezimmer sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Bücherregal von Wassagel. Es ist sehr stabil und bietet genügend Platz für meine Bücher und Dekorationen. Die Mondhage war einfach und unkompliziert. Das weiße Holzregal passt perfekt zu meinem Wohnzimmer und lässt es heller und freundlicher wirken. Die Kistenoptik der 6 Fächer gefällt mir besonders gut. Ich kann das Wassagel Bücherregal mit 6 Fächern jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem praktischen und schönen Aufbewahrungsregal ist. Ich habe die Handschubladenbox Ellison Smartbox mit 2 Schubladen und Trennwand gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Box ist sehr praktisch für mein Büro und hilft mir dabei, den Schreibtisch aufgeräumter zu halten. Die Kabelführung ist besonders nützlich für meine Geräte und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die stapelbare Funktion ist auch großartig für die Organisation und um Platz zu sparen. Die Gummifüße schützen meine Möbel und das hochglänzende Weiß sieht elegant aus. Ich würde diese Utensilienbox auf jeden Fall empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.